Wir nehmen auch in eins ruhig auf, oder? Bitte? Wir nehmen auch in einem auf, ne? Also nicht, wenn das ruhig runter hat, dass wir nicht sagen Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der sagenumwobene Planetik mit seinem Lehrling Atta Bogen in dem Spiel. Nee, sonst machen wir nicht. Sagenumwoben? Uiuiui. Du bist schon Level 16, hallo? Mit deinem Hauptcharakter. Ja, weil ich angetestet hab und irgendwie nicht aufhören konnte. Guck mal. Siehste, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt beigehe und die Map aufwache, ist bei Lidia auch, weil Sarumwoben die 1. So, was soll ich? Boah, das ist schluck, aber geh halt weg. Hm. Was muss man als nächstes? Haben wir hier noch etwas auf der Map? Nö. Ja, ihr kommt zu mir. Ähm. Ich muss doch gerade mal gucken, warum meine Quests nicht mehr angezeigt werden. Normalerweise hast du rechts den Quest. Doch stimmt, rechts steht was. Interface. Äh... Ähm. Hm. Nameplates ist es nicht. Healthbar? Auch nicht. Combat? Auch nicht. Hotkey? Nein. Chat? Ah, bin völlig falsch gelaufen. Den könnten wir ein bisschen kleiner machen. Yeah. So. Combat Log. Combat Record? Nein. Ich krieg immer Erfahrungspunkte für irgendwas. Das zeig ich dir mal an. War nicht schlecht. Macro Interface. Unstuck. Contact Support. Character Selection. Switch Channel. Start Twitch. TV Stream. Hm. Oh, ich werde angegriffen. Ich helfe dir mal, dass du stirbst. Aber wo ist jedoch fest? Hier nach links. Aber möchtest du erst einen Drachen? Wo muss ich hin? Zu mir kommen. Such dir einen aus. Das sind alles die gleichen. Und dann gehst du zu einem hin. Und machst 6. Und dann versuchst du mit W, A, S, D in dem Kreis in der Mitte zu bleiben. Immer am Tasten. Und wenn der Balken rechts holle ist, ist das dein Drache. Na los. Ah, los. Wieder da rein. So. Ja. Los. Und. Meiner. Wenn du jetzt Leertaste drückst. Auch abheben. Oh, mach ich gerade. Wow. So, und jetzt zu der Questchen. Ja. Da sind wir glaube ich sie fliegen. Übrigens bist du fliegend. Ein klein wenig schneller als. Laufen. Und wie lange ich einfach loslassen? Nee. Einfach nach unten fliegen. Aber geradeaus fliegen. Ja. Wie pack ich denn ein? Ab. Eine Zombiefrau. Hallo. Zum Namen Zombie. Das ist doch bestimmt. So. Ah. Da hast du eine blöde Ratte angerannt hier. Eine Schnabberratte. Ja. Wenn du. Natürlich. Äh. Sag schon. Ähm. Dauerfeuer jetzt. AOE machst. Äh. Flächenschaden. Ah, das war das Wort. Siehste. Ähm. Dann. Erwischte halt auch mal was. Was dich normalerweise nicht angreifen würde. Ja. Für Clickbot ist das nicht so verkehrt. Ja. Falls ich aber hier mal botten will. Oder so. Aber man hast ja sowieso. Ja ist doch gut. Ich wehe sich auf und absteigen. Ah nein. Nein 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 nein. Tretter Jäger in Helmut. Achso, ja doch. Ja genau, dann zu der Höhle. Ne warte mal. Erstmal hier hinten wieder hin. So ein bisschen blabla bei denen. Aber man sieht auch wieder Ärzte und sowas auf der Map. Zum abbauen, für Berufe. Ja, kannst du sofort abbauen. Brauchst du nichts für lernen. Ja, das ist typische Rules of Magic Style, aber à la Bonheur. Ach, ich bin die verstrichen überflogen. Ja, man kann auch auf dem Drachen normalerweise Fähigkeiten zu weisen. Aber das macht er bei mir nicht. So, wo ist der Jäger? Äh, er ist bei mir. Was ist das Wort, Meister? Da weiß ich, da habe ich auch bei meinem anderen Account noch nicht, äh, anderen Charakter noch nicht rausgefunden, was los ist. Hm. Aber ich kann hier gar nichts machen. Ja, du musst denen erstmal zu Ende zuhören. Hier labern irgendwas. So, hier kriegst du eigentlich jetzt, äh, beigebracht. Nein, ich ziehe da jetzt keinen Drachen rein, weil ich dann keinen Drachen mehr habe. Ach, 10, oder? Mhm. So. So. Oh. Proud Shard Attunement. Quest ein neuer Partner angenommen. Okay. Shard Attunement. Was? Swag? Ja klar. Oh. Blablabla blablabla blablabla. Da. Hm. So, noch da rein. Dann haben wir hier einen etwas besseren Shard. Ich weiß gar nicht, ob das immer die gleichen sein müssen. Ey, nicht das ziehen. So. Nein, müssen das nicht. Okay. Dieses Shard kann man dann nachher in seine Items einbauen. Ja, wir sind schon Level 7. Können wir die Kiste wieder aufmachen? Ja, machen wir gleich. Und ein paar gute Sachen empfangen. Ja. Mhm. Physisch interessiert uns ja nicht. Magie interessiert uns nicht. Damit werde ich mich auf jeden Fall mal später dazu, äh, was machen. Also, dann tauschen wir unseren. Achso, ich bin auch im Drachen. Mhm. Muss, Heiltrank. Ja komm, machen wir den Dialog erst zu Ende. Das war Falsche. Jetzt können wir noch. Äh, wie ging das jetzt? Ähm. Na gut. Nein. Das wollten wir nicht. Äh, Dragon Shard removal wollen wir nicht. Sollen wir das reinpacken? Ja. Ich hab noch keine Spiele zur Fusion. Wo soll ich den her haben? Bitte? Ähm. Ich brauche irgendeine Spiele für Fusion. Wo soll ich den her haben? Du kriegst dann eine Tasche von dem Typen. Ähm. Ähm. Na, das würde ich austauschen. Und. Das war falsch. In-Game-Shop. Ach da. Ähm. Ne. Chart Attunement. Nein. Ah, Chart Embedding. Da. Spiele für eine Fusion. Hm. Spiele für eine Fusion. Hm. Das Embedden mit. Ah, so funktioniert das. Ah, cool. Ehm hier. Okay. Dann wollen wir noch mit dem schnacken. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Zack. Ist das eingesetzt. So, haben wir schon wieder 6 Pünktchen. Plus 10 Leben. Dann gehen wir mal auf. Wieder zurück. Und fertig. Ganz komplett. So. 55 Intelligenz hab ich mittlerweile. Das ist nicht schlecht. Du hast wirklich alles da reingesetzt. Nein. Ach so, ne. Jetzt ist alles grün. Du hast es ein bisschen verstärkt wahrscheinlich. Ja. Ähm. So. Ach, fällt mir hier ein Rucksack. Rucksack war ein Moment da? Hm? Ne. Ach, jetzt nochmal. Ähm. Charakter Bewährung. Aufschluss. Nein. Ah. Ich weiß, was passiert ist. Mein Nvidia Experience hat die Auflösung verändert. Jetzt wird sehr wahrscheinlich irgendwo irgendwo das, ähm. Ich mach nochmal ein bisschen leiser. Was macht du das? Irgendwie wird hier mein Questbar da hängen, wo es nicht hingehört. Mhm. Das seh ich's gerade nicht. So. Ich kann jetzt noch zwei Punkte vergeben. Focus. Und was macht das? Ringsoul plus 50. Ja toll. Ich hab keinen Plan, was die Dinger machen. Nehmen wir sie trotzdem beide. Oh, Lelling Stiefel. Sind die besser als meine? Sehr wahrscheinlich. Ja. Die haben ne Farbe, oder? Zurkis. Ja. Ja, dann sind sie besser. Das ist Effekt. Ich denke mal, dass das eigentlich blau sein soll. Also, wie bei anderen blau. Von der Seltenheit her. Kommst du wohl zurück? Nein. Warum? Weil wir hier über die Schlucht müssen. Äh, darf ich jetzt noch eine Quest nehmen? Hast du die immer noch nicht mit? Oh, ich muss da noch was abgeben. Warte mal. Mhm, mhm, mhm. Was ist das, äh, das, äh, Lager in der Versus-Kluft? Beziehungsweise. Eine Splitter-Sockelo soll ich auch noch machen. Äh, ja, ja. Das habe ich schon. Ich müsste die Quest für Murdoch Evans abholen. Was hast du schon gemacht? Hast du gekifft? So, jetzt aber. Da! Nein! Da ist immer noch eine Fragezeichen. Wo ist das? Ähm. So war das nicht. Das Quest-Board geht wo auf? Äh, J. Journal, ja. Eine Splitter-Sockelung durchführen. Haben wir das gemacht? Oder nicht? Ist es in der Splitter-Fusion? Nein. Du musst sockeln, heißt den Splitter einsetzen. In ein Item. Achso. Steuerung Y. Geht das Menü auf. So, was haben wir jetzt hier noch für ein Täschchen gekriegt? Steuerung Y. Da hole ich mal, da, da entwaffne ich mich. Äh, dann ziehe ich meine Waffen und packe sie weg. Y. Okay. Bei mir macht es das Menü auf. Dann mach mal Steuerung Z. Das jetzt, ja. Gut. Und dann kannst du C drücken und nimmst, was weiß ich, die Schuhe oder so und setzt die da rein. Setzt den Stein dazu und dann bist du fertig. Und dann musst du noch einmal zum Briefkasten, einmal zur Bank. So. Du musst doch hier, aha, Food Merchant. Das ist doch schon ausreichend. Das verkaufen. Das verkaufen. Und das. Und dann? Habe ich das reingepackt? Musst du irgendwo draufklicken oder so? Cannot be sold in store. Oh. Bitte? Ja, und wie sockel ich da? Ist doch schon drin. Wahrscheinlich. Ne. Sicher? Guck mal im Inventar. Im dritten Tab. Ist da noch ein Stein drin? Ein Stein habe ich noch, ja. Okay. Aber er sagt nicht, dass ich fertig bin. Doch, ja, klar. Ach so, ja, ich habe beide verbleibenden Steine draufgepackt. Also ich habe alle zusammen fusioniert. 10 HP. Noch da war. Na gut. So. Ich auch. Jetzt musst du einmal zum Briefkasten, einmal zur Bank. Und ich flatter hier mal ein bisschen über die Stadt. Ja. Ab einer gewissen Höhe ist es übrigens so, dass man abhängig ist. Der Briefkasten ist aber nichts drin. Und wieder ein bisschen runter liegt. Bitte? Was solcher Briefkasten ist oder nichts? Ja, nur einmal drangehen. Das zeigt dir nur, wo der Briefkasten ist. Und wenn du einmal um die Ecke gehst zur Bank. Okay. Okay. Ja. Und dann gibst du das wieder ab. Und dann können wir rüber. Wo ist ja eine Bank? Und da, wo das Fragezeichen auf der Map ist. Das ist cool. Also wenn man hier an der Kante herangeht, bleibt man auch nicht an der Kante hängen. Man geht einfach runter und fängt dann an zu fliegen. Das ist zu fettig. So. Hier ist noch nicht drin. Ah, da ist ja eine. Ui. Für den Murdoch Evans. Okay. Was ist der? Von eben. Ich schenke mir den Kopf fest. Okay. So. Wo ist denn die verrückte Gurke? Da oben ist er. Er verrückte Gurke. So. Schön. Null gedrückt. Hände sind frei. Und ich fliege. Auf dich zu. Wenn ich hier runter gehe. Schwupp. Fliesig. Kein lästiges an der Kante hängen bleiben. Also wenn er numlock null drückt, dann braucht er nicht weh drücken. Dann fliegt er automatisch. Oder läuft automatisch. Was hast du da? Ja, das ist unser Questgeber. Jetzt ein bisschen verenstigt. Jetzt können wir Quest abgeben. Und annehmen. Da rückt er sich sehr geil aus. Wackelkontakt. So. Ich war gerade auf der Nette. Habe mein Geschäft tätig. Jetzt muss ich aber hin und abwischen. Komm mal mit gefloschen. Ja, ich fliege. Dann hier hin. Und dann helfen wir diesem Typen mal. Oh, guter Schaden. Und über zwei Punkte mittlerweile. Yeah. Oh. Oh. 2,58. Das war ein Crit. Tank mal. Tänk doch nicht. Hallo. So. Genug gefistet. Da. Yeah. Mal ein bisschen gucken ob ich gehen oder abschmatze. Nee. Jetzt müssen wir den hier. Oh. Nee. Den müssen wir nicht verteidigen. Aber den nächsten. Sitzen wir auf. Yeah. Bleddick ist der Führer an die Punkte. Oh. Lass mir nach. Hier ist der nächste. Mal mit dem Quatschen. Kann. 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 Protect me well. Nee, well spielt nicht. Nicht? Ja. Oh. Loot. Das ist nichts für dich gewesen. F6. So. Aber. Hahaha. Es ist eh magic. Ich hab abgelehnt. Verdammt. Oh. Oder wir müssen uns betekten sollen. Der kämpft hier gerade. Der feiert Party hart. Work hart. Play hart. Ich hab die Schuhe behalten. Juhu. Ja. Weil ich Party roll gemacht hab. Schau mal. Gibt das das ab oder so. Boah. Oh. Search. Also manchmal kriegt man nicht direkt Loot. Aber man kann dann nochmal die Leichname durchsuchen. Und findet dann wie ihr jetzt seht bei mir Dragon Tooth Fragment. Also ein Zahnfragment. Äh ist jetzt wahrscheinlich irgendwie. Ja. Ähm. Ähm. Crafting Material. Ja. Kannst du auch eine Ego Perspektive spielen? Ja. Yeah. Ich spiel aber auch eine Ego Perspektive. Das trug an Vorbau. Meine Güte. Waja. Nein. Ich nicke nicht. Du musst dich aber auch nicht verbergen. Das ist auch schon ganz schön äh muskulöse Vorbau. Uh. Wo ist er hin? Ja hier rein. Ja hier rein. Ne. Wir müssen noch weiter. Boah. Du drückst auch immer äh äh linke Maustast zum agieren ne? Unsere Schnickshack zum angreifen. Was? Ich drücke hin und wieder einfach mal eine rechte Maust. Ähm. Jetzt muss ich nochmal eben überlegen. Äh. Äh. Ach. Na da hin. Ne. Na Ego Perspektive fliege ist kacke. Hm. Du musst sehen. Andere Richtung. Nach Norden. Na die Spinach. Uh. Uh. So. Jetzt war hier irgendwo. Ähm. Ähm. Er. Da. Lass mich doch noch Ruhe. Also eigentlich kann man auch mit einem Drachen gehen. Kämpfen aber wie gesagt ich hab's noch nicht raus. Es kann auch sein dass man den erstmal dafür trainieren muss oder sowas. Also ich hab. Level 16 wenigstens schon mal. Ähm. Was ist das? Hilfe. Hilfe. Ich hab gefristet. Ich fristet. Ich fristet zurück. Ich fristet davon. Ähm. Habe ich zumindest schon mal Ausrüstung für den Drachen. Aber das war's dann auch schon. Was soll man hier machen? Äh. Hier. Den Körper durchsuchen. Können wir die Quest abgeben? Yeah. Mein Drachen ist auch viel schneller als deine. Gar nicht. Ja ich bin schon da. Und? Eile mit Weile. So. Wollen wir mal mit ihm hier quatschen? Achso. Wir haben Level abgehabt. Mal eben Punkt vergeben. Machen wir später. Ich verwarmierte meinen Punkt jetzt aber auch. Die nächste Fähigkeit scheint besser zu werden. Aber hier setze ich Punkte rein. Wollen wir mal mit ihm hier quatschen? In den. Stärke. In den Fokus. Einen in die Constitution. Einen in Ferocity. In den Fokus. In den Fokus. In den Fokus.